ja hallo zusammen da bin ich wieder mitten im schnee die sonne scheint ich bin in russland ich freue mir hallo herr putin nein hallo zusammen noch mal und zwar heute werde ich da mal schauen irgendwie sagte mir jetzt noch irgendwo ein verbündeter weiß aber noch nicht wo muss ich noch mal hin dahin musste ich hin könnte ja mal das haben wir aber schon ja heute mit neuem audio equipment ich habe mir ein neues mikro geholt weil das mit dem alten ging mir auf den senkel dass man jede kleinigkeit gehört hat da bin ich vorher nicht richtig informiert hallo re warum haust du ab finde ich doof ja und jetzt habe ich mir mal bis habe ich mal ein bisschen geld an die hand genommen habe mir ein audio interface geleistet und ein neues mikrofon ist sozusagen also test also let's test nein irgendwie nicht ich habe natürlich vorher schon ein bisschen rumgespielt bisschen geguckt bisschen eingestellt ob das jetzt schon so perfekt ist das weiß ich noch nicht das wird die zeit dann zeigen aber ich hatte bock auf zocken heute vormittag nachdem ich das alles eingerichtet habe und deshalb mache ich jetzt hier weiter und beim letzten mal war ja ein bisschen merkwürdig da habe ich hier irgendwie passen greift mich jetzt der hase an oder was nachher wolf schnief wo war der wolf denn man weiß es nicht aber das spiel sagt mir bereits schon dass hier irgendwo noch ein mensch sein sollte mich helfen kann ich habe den aber noch nicht gefunden gucken wir mal auf die map da ist immer noch das ziel da ist eine herausforderung 355 fühlen mission verfügbar dann bewege ich mich dort mal hin schauen wir mal lalalala wo soll jetzt die mission verfügbar sein mal gucken was passiert wenn wir hier rauf klettern lalalalalala jetzt bin ich hier irgendwie hier da waren wir schon definitiv wo ist denn das blaue icon da seine mission verfügbar sein ich weiß nicht wo bitteschön ist hier eine mission schauen wir mal das ist immer noch die hauptmission er hat mir aber gerade eben hier unten gezeigt dass hier irgendwas wäre diese komische flagge mit der ich so nicht ganz viel anfangen kann er sagt immer noch unten muss hier vielleicht rein hara 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 und mal wieder fehlt mir was das kennt man ja nun schon sehr lustig sehr lustig spiel ich liebe es wenn ich verarscht werde dann machen wir uns jetzt mal vom akk lalalala hoppla hoppla da haben wir noch ein paar blübelis nehmen wir da können wir hoch da können wir hoch hoch ja 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 hallo scheiße man hallo mietze katze wechseln wir mal lieber die waffe nicht dass hier noch mehr mietze katzen sind das würde ich mal doof finden hey sag mal fall tot um meine güte vier munition habe ich da auch nicht mehr für ja und hier komme ich auch wieder nicht durch oder wenn ich hier hier ist ein doch gut ausgetreten dann schauen wir mal wo wir hier lang kommen trotzdem ist die mission immer noch unterhalb von mir tun die dumm die dumm aha ein herausforderungskrab klingt ja auch mal nett super jetzt kann ich mich hier parken oder wie darf ich das sehen hilfe wahrscheinlich nicht wirklich keine fähigkeit keine waffen sie hat auch nichts zu sagen so jetzt ist die frage da geht es tief runter ins wasser ach ach da kann ich durch wer gucken kann ist klar im vorteil ja ja so lalalala so schauen wir mal was hier noch so schönes ist hier geht es nicht weiter hier hoch ja hier könnte ich auch kommen so dann wollen wir mal das hier weg machen äh ist ja vielleicht noch so ein teil irgendwo ja da drüben hm noch eins ich musste doch eigentlich ne so nicht irgendwie ich doof hm hier vielleicht noch irgendwas was ich gesehen habe da ist eins da ist das da ist das da ist das das war der quark da ist voll la 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 ja ich verstehe es nicht wenn ihr mir es erklärt irgendwie für diese rede zu blöd äh nein schau mal ja es ist jetzt immer sehr sehr merkwürdig ich glaube von da ne von da komme ich was soll der quark wie quark hulala äh das ist doch irgendwie alles doof gefällt mir mal so gar nicht schafft sie nicht schafft sie nicht nö also irgendwie muss ich es jetzt gerade nicht verstehen echt nicht es ist mir gerade zu hoch soll der scheiß oder warte mal moment mal nee hä 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 Leute erklärt es mir da geht es auch nicht weiter es ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr aber da das ist noch nicht einfach moment mal ich muss jetzt ja mal was schauen controller lalalala steuerung anzeigen irgendwie irgendwie bin ich zu doof dafür hier hier komme ich irgendwie gerade nicht wirklich weiter darunter ist glaube ich auch eher tot als alles andere da komme ich auch nicht hoch hier so rumklettere ist auf ende im gelände ich verstehe es gerade nicht so ganz hier kann ich rum das war blöd ziemlich sogar und ja ich weiß es testen wir noch mal da ging das jetzt so dann da hoch ja das habe ich mir gedacht das war der besele ja es kann sich nur um stunden handeln aber ich hoffe ich habe zeit mitgebracht so nochmal lalalala jetzt hier hoch ok darüber was stunden später meine freunde und schon ich bin heute am fehlen aber nicht zu knapp lalalala lalalala ok next das hätte auch ins auge gehen können stunden später aber doch geschafft ich bin ja fast stolz auf mich und nun nun können wir hier rum tü lülü man treibt doch nicht meinen ich würde so gerne zwischendurch speichern können das ist ja kann ich euch gar nicht sagen okay darüber jetzt die frage wie geht es weiter jetzt hänge ich hier an ja ja klettern wir mal rum so ja ich glaube ich kann die runter tü lülü und jetzt muss ich wahrscheinlich darüber meine fresse alter ist das eine kletterlage hier habe ich da hoch nicht wirklich wahrscheinlich habe ich erst noch gedacht ihr seid doch nicht ganz dicht seid ihr doch nicht echt nicht heute er dürfte ruhig mal zwischen speichern finde ich das tut er auch gerade jetzt in diesem moment warum kann ich hier jetzt wenn ich da so mache bringt mir mal gar nichts richtigen verwendet er bringt mir auch nicht wirklich fast nur gut wir testen es war irgendwie so klar ja malzeit schlückchen kaffee dem bräume samstagmorgen dann doch es war so klar deshalb hängt das teil da auch okay das ist dann meine rettung wie ich das so sehe rutschen lassen nichts machen einfach rutschen lassen ist das ein scheiß knapp geht nicht anders es ist doch zum heulen ist das doch hier ach ja naja gut es ist ich weiß nicht ich bin heute ziemlich empfehlen wenn ich das mal so sagen darf vielleicht ist es doch auf dem samstag zu früh so hoch springt er da nicht über der arsch die ersten oder wie auch immer darunter wäre doof lalalala so wenigstens das haben wir so weit weiß ich nicht aber hier mal was übersehen ein lucksack also karte aktualisiert da ist auch noch was nehmen wir auch wer weiß wofür es gut ist da leuchtete kurz hier haben wir irgendwas dran drehen das ist eine karte da haben wir irgendwie genützt werden wir auch noch mal die karte aktualisiert diese göttliche skulptur aus wind und stein wären wir verloren gewesen die geschichte des späers der diesen ort fand kennen wir alle aber die meisten von euch wissen nicht wie nah wir dem tod waren verirrt in den bergen ohne nahrung ohne hoffnung wir hatten zweifel am profiten bekommen aber der späer hörte den klang und nahm ihn als zeichen er allein stieg die klippen hinauf angelockt von der musik und dort sah er unsere rettung dieser schrein ehrt nicht nur ihn und seinen mut sondern die kraft unseres glabend ich sag mal da dann habe ich irgendwas übersehen da ist nehmen wir auch bad dallas auch wenn es nur zwei sind das wird aber nur von der sonne beleuchtet gut testen wir so jetzt ist aber hier irgendwie da ist definitiv etwas hinter dieser tür ich muss durch diese tür das ist mir alles noch ein rätseln das ist ja auch ein rätsel soll ja auch ein sein und sie sagt es ja selbst dass sie dadurch muss warum funktioniert irgendwas mache ich falsch ich verbase bei diesen nummern ganz schön feile fällt mir auf das bringt mal gar nichts aber auch wirklich überhaupt nichts aber auch wirklich überhaupt nichts da kommt ich weiß nicht ob ich war ob das das richtig ist was ich da tue ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das ist irgendwie blödsinn was ich hier treibe ich weiß es nicht leute ich weiß es gerade echt nicht immer wieder anders hier naja falsche taste jetzt habe ich das war zu die grundsätzliche frage ist allerdings was habe ich davon dass es zu ist ich kann jetzt war hier auch grundsätzlich das daran schießen ich weiß auch nicht was ich davon habe da ist das rädchen was fest sitzt ja 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 wenn ich nur wüsste und so nach ich habe gerade nicht die blasseste ahnung das war irgendeine art schreien die menschen sind hierher gepilgert danke für die information dass sein schreien war aber helfen tut mir das nicht lara das möchte ich jetzt mal so gesagt haben okay ja 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 ich Shhh. Na komm, beweg dich da drüben. Bloß ruckeln ist scheinbar auch nicht so möglich. Ich mache die Tür nochmal auf. Vielleicht hilft mir der Wind ja dabei. Ich glaube es war nicht. Testen wir es nochmal. Aber ich glaube es nicht. Mann. So kommen wir nicht weiter. Definitiv nicht. Und das wird mir jetzt auch nichts bringen. Glaube ich nicht. Shhh. Oh. Ah. Was soll der Quark? Was soll der Quark? Was soll der Quark? Was soll der Quark? Wie wird das hier alles gar nichts gerade? Da kann ich einfach nicht gegen schießen. Was soll der Quark? 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 Was soll der Quark?